Ihr werdet es nicht glauben, aber ich komme jetzt zu einem, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Wort. Wenn nicht sogar zum interessantesten Wort der deutschen Sprache. Es. Ehrlich gesagt finde ich es einfach nur faszinierend, was man mit diesem winzigen Wort alles machen kann, beziehungsweise wie viele Funktionen es hat. Deshalb muss ich ihm auch ein ganzes Video widmen. Wenn ihr schon auf diesem Kanal seid und versteht, was ich sage, dann kennt ihr es selbstverständlich in der Funktion als Personalpronomen, Personalpronoun. Leachname ist der Menje. In dieser Funktion bezieht es sich auf ein Neutrum, also auf ein neutrales Substantiv. Zum Beispiel. Wo ist das Buch? Es liegt auf dem Tisch. Oh, dieses Hemd ist aber günstig. Ich kaufe es. Ich denke, hier ist alles klar. Das wusstest du natürlich schon vorher. Gehen wir gleich weiter zur zweiten Funktion. Man verwendet es bei einer Gleichsetzung mit dem Verb sein. Das ist natürlich ohne Beispiele schwierig zu verstehen. Deshalb. Was ist das? Es ist meine neue Erfindung. Fällt euch bei diesem Beispiel etwas auf? In der Frage steht das Demonstrativpronomen das. Also theoretisch kann ich antworten, das ist meine neue Erfindung. Das heißt, in dieser Funktion sind die Wörter es und das synonyme. Es besteht vielleicht ein kleiner Unterschied in der Intensität. Also das ist stärker als es. Aber sie sind hier austauschbar. Sie sind synonyme. Ein anderes Beispiel. Für mich war es überhaupt nicht lustig. Oder für mich war das überhaupt nicht lustig. Das ist genau dasselbe. Jemand kam ins Zimmer. Es waren meine Eltern. An diesem Beispiel könnt ihr gut erkennen, dass sich die Form des Verbes nicht auf es bezieht, sondern auf das Substantiv, das damit gleichgesetzt wird. Deshalb sprechen wir hier von Gleichsetzung. Ich sage also nicht, es war meine Eltern, sondern es waren meine Eltern. Denn meine Eltern stehen im Plural. Und waren gehört grammatisch zu Eltern. Gehen wir weiter zur dritten Funktion von es. Und ich kann euch sagen, es wird immer interessanter. Das Wort es kann sich auf ein zuvor erwähntes Substantiv oder Adjektiv beziehen, wenn es ein Teil des Prädikates ist. In Verbindung mit den Verben. Sein, werden, bleiben, scheinen und so weiter. Auch hier wieder Beispiele, damit ihr versteht, was ich meine. Paula ist ein guter Mensch. Paul ist es auch. Ihr seid bestimmt schon müde. Wir sind es auch. Viele meiner Freunde sind Ärzte. Ich will es auch werden. Und weiter geht's. Es kann sich auf ein zuvor erwähntes Verb oder sogar einen ganzen Satz beziehen. Beispiele. Rauchst du noch? Nein, ich habe es aufgegeben. Es steht hier für das Rauchen. Sie hat den Wettbewerb gewonnen. Sie hat es sich verdient. Es steht hier für den ganzen ersten Satz. So, kommen wir zur fünften Funktion. Es wird als sogenanntes Korrelat verwendet. Und bevor du mich jetzt fragst, was ist ein Korrelat, gebe ich dir natürlich eine Antwort. Ein Korrelat ist ein Wort, das aus rein grammatischer Sicht einen Nebensatz ersetzt. Subordinate clause. Prädateczne предложение. Es geht also um Nebensätze. Ich kann zum Beispiel sagen, ich freue mich, dich zu sehen. Ich kann aber auch sagen, ich freue mich darüber, dich zu sehen. Darüber ist das Korrelat. Oder Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Man kann auch sagen, komm dann zu mir, wenn du Zeit hast. Dann ist das Korrelat, das den Nebensatz ersetzt. Korrelate können obligatorisch, fakultativ oder sogar unmöglich sein. In den genannten Sätzen waren sie fakultativ. Das heißt, ich konnte sie theoretisch weglassen, weil sie für das Verständnis des Satzes überflüssig waren. Jetzt zeige ich euch ein paar Beispiele mit S als Korrelat. Ich verstehe es nicht, wie man so dickköpfig sein kann. Das würde man so eher selten sagen oder hören, denn S ist hier auch nur fakultativ. Man lässt es also meistens weg. Man sagt öfter, ich verstehe nicht, wie man so dickköpfig sein kann. Übrigens, wenn der Nebensatz hier nicht existieren würde, dann wäre es falsch zu sagen, ich verstehe nicht. Das klingt nicht wirklich natürlich auf Deutsch. Man braucht entweder ein Akkusativobjekt oder einen Nebensatz. Man würde also sagen, ich verstehe es oder das nicht. Das nächste Beispiel. In diesem Satz können wir es nicht weglassen. Es ist also obligatorisch. Nur in der Umgangssprache sprechen wir Freut mich sehr, weil wir manchmal das Subjekt weglassen. Aber es ist, wie gesagt, nur die Umgangssprache. Weiter Wir bedauern es sehr, sie enttäuschen zu müssen. Wenn du mich fragst, wann ein Korrelat fakultativ oder obligatorisch ist, kann ich dir sagen, dass ich mir nicht zu 100% sicher bin. Es gibt aber eine Tendenz. Wenn das Korrelat nicht am Satzanfang steht, dann ist es meistens fakultativ. Ich gebe dir aber noch ein letztes Beispiel, in dem das Wort es nicht am Anfang steht, aber trotzdem obligatorisch ist. Warum, erkläre ich dir gleich. Sie liebt es, zu kochen. Oder sie liebt es, zu lesen. Oder zu singen. Ein typischer Fehler von Nichtmuttersprachlern ist zu sagen, ich liebe plus Verb. Das ist falsch. Ja, man kann sagen, ich liebe kochen. Allerdings ist kochen dann kein Verb, sondern ein Substantiv, das groß geschrieben wird. Man meint also eigentlich, ich liebe das kochen. Denn das Verb lieben ist transitiv und verlangt ein Akkusativobjekt, mit anderen Worten ein Pronomen oder Substantiv. Wenn man aber das Wort als Verb benutzen will, dann muss man unbedingt das Korrelat es verwenden, das hier die Funktion des Akkusativobjektes übernimmt. Also es ist hier das Akkusativobjekt. Kommen wir zur nächsten Funktion. Und ja, wir sind noch lange nicht am Ende. Das Wort es kann einfach als Platzhalter verwendet werden. Und zwar am Anfang des Satzes. Was bedeutet das? Ich gehe davon aus, dass du bereits weißt, dass das Verb in einem normalen Aussagesatz immer die zweite Position einnimmt. Die zweite Position. Ein Aussagesatz ist Declarative Clause. Das heißt, dass alle anderen Satzglieder theoretisch an der ersten Position stehen können. Hör genau zu. Ich kann sagen, viele Autos fahren auf der Straße. Fahren ist das Prädikat und steht laut Regel an zweiter Stelle. Aber was ist, wenn ich will, dass alle Satzglieder erst nach dem Verb kommen? Wenn du bis heute dachtest, dass das unmöglich ist, dann kann ich dir sagen, falsch, es ist möglich. Ich kann nämlich sagen, es fahren viele Autos auf der Straße. In diesem Fall hast du es geschafft, dass alle Satzglieder erst nach dem Verb stehen, aber das Verb selbst trotzdem an zweiter Stelle steht. Bitte versuch nicht zu überlegen, was das Wort es hier für eine Bedeutung hat. Es hat überhaupt keine Bedeutung. Es hat eine rein grammatische Funktion. Es dient nur als Platzhalter. Etwas, das einen Platz einnimmt. Sobald wir das Subjekt wieder an den Anfang stellen, brauchen wir den Platzhalter nicht mehr. Wir sagen also, jemand wartet auf sie. Und das letzte Beispiel. Es wurde gestern viel getanzt und gesungen. Oder gestern wurde viel getanzt und gesungen. Also zur Wiederholung. Wenn du willst, dass das Verb am Anfang des Satzes steht, du es aber nicht an die allererste Position setzen kannst, weil es grammatisch falsch wäre, dann beginne den Satz mit es. Und somit ist es ein grammatisch korrekter Satz. So, ein paar Funktionen habe ich noch für dich. Weißt du, was ein unpersönliches Verb ist? Ich sage erstmal, was ein persönliches Verb ist. Ein persönliches Verb ist ein Verb, das in allen Personen verwendet werden kann. Zum Beispiel das Verb machen. Ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Alle Personen sind möglich. Bei einem unpersönlichen Verb ist das anders. Nehmen wir das Verb regnen als Beispiel. Kann ich sagen, ich regne oder Thomas regnet? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum? Weil es ein unpersönliches Verb ist. Und unpersönliche Verben können nur das unpersönliche es als Subjekt haben. Die typischsten unpersönlichen Verben sind Witterungsverben oder einfacher gesagt Wetterverben. Regnen, nieseln, schneien, hageln, blitzen, dämmern, donnern, gewittern und so weiter. Das sind Witterungsverben. Ein Beispielsatz. Jetzt regnet es und später wird es donnern. Ihr seht, dass hier beide Verben mit es gebraucht werden. Dann gibt es noch Verben, die eigentlich persönlich sind, die aber auch unpersönlich gebraucht werden können. Das sind Verben wie klingeln, klopfen, riechen, stinken, scheinen und viele andere. Hier ein paar entsprechende Beispiele. Es klingelt. Geht jemand ans Telefon? Hier riecht es nach Knoblauch. Manche würden vielleicht sagen, hier stinkt es nach Knoblauch. Denn Knoblauch ist garlic. Es scheint, als ob ich ihn schon irgendwo gesehen habe. Im Haus gibt es warmes Wasser. Achtung, das Verb geben, to give, da weit, ist normalerweise persönlich. Im unpersönlichen Gebrauch, also in Kombination mit es, hat das Verb geben eine ganz andere Bedeutung. Und zwar sowas wie existieren. So, die nächste Funktion ist ähnlich wie die letzte. Im Prinzip ist der einzige Unterschied, dass es im letzten Punkt das Subjekt war. Und in diesem Punkt übernimmt es die Funktion des Objekts. Es antwortet auf die Frage, wen oder was. Hier gibt es aber leider keine bestimmte Gruppe von Verben, die dieses Objekt verlangen. Es gibt einfach bestimmte Verbkonstruktionen, in denen das Wort es die Funktion des Objekts übernimmt. Und die wichtigsten dieser Konstruktionen zeige ich euch anhand folgender Beispiele. Wir hatten es eilig. Es eilig haben bedeutet in Eile sein. Es besteht, to be in a hurry. Das Verb haben ist transitiv und verlangt den Akkusativ. Deshalb ist es kein Subjekt, sondern ein Objekt. Lass es dir gut gehen. Dieser Satz wird häufig als Verabschiedung verwendet und bedeutet nichts anderes als alles Gute. Take care. Tschüss Liebe. Er meint es doch nur gut mit ihr. Er will ihr damit nichts Böses antun. Er will ihr damit nur helfen. Sie haben es im Leben sehr weit gebracht. Sie haben in ihrem Leben viel erreicht. Sie sind oder waren erfolgreich. Man kann es leider nicht allen recht machen. You cannot please everybody. Sie haben nicht mehr. Sie haben nicht mehr. Ein Bleistift tut's auch. Ein Bleistift erfüllt in dieser Situation die gleiche Funktion wie ein Kugelschreiber. Du kannst auch einen Kugelschreiber verwenden. Das ist egal. Ich erinnere noch mal daran, dass das Wort es in den genannten Beispielen das Akkusativobjekt ist. Okay, ich komme nun zum letzten Punkt in diesem Video. Ein grammatisch korrekter deutscher Satz besteht mindestens aus einem Subjekt und einem Prädikat. Zum Beispiel, ich schlafe. Die einzige Ausnahme ist der Imperativ. Das ist eine Ausnahme. Wenn wir aber nicht vom Imperativ sprechen und das Subjekt im Satz fehlt, dann bedeutet das, dass der Satz grammatisch nicht korrekt ist. Also die Variante schlafe im Sinne von ich schlafe ist grammatisch falsch. Was bedeutet das für dich? Es hat sich einfach in der deutschen Sprache eingebürgert, dass man ein Subjekt erfindet, wenn es nicht existiert, damit der Satz grammatisch korrekt ist. Und auch in diesen Fällen benutzen wir es. Es gibt keine Alternative. Also wir brauchen es nur aus grammatischer Sicht. Schau dir die folgenden Beispiele an. Mir gefällt es hier sehr. An solchen Sätzen kann man erkennen, ob der Autor eines Textes Muttersprachler ist oder nicht. Denn viele Ausländer würden diesen Satz ohne S benutzen. Das ist falsch. Das Subjekt fehlt. Die Frage lautet ja eigentlich, wer oder was gefällt mir? Wenn ich keine Antwort auf diese Frage habe, dann muss ich das Wort S benutzen. Auch wenn es hier überhaupt keine Bedeutung hat. Aber das ist egal. Es hat nur eine grammatische Funktion. Wie spät ist S? Oder wie viel Uhr ist S? Diese Frage kennt ihr alle. Wir brauchen hier ein Subjekt. Draußen ist es schön. Ich sage es das letzte Mal. Das Wort S hat hier überhaupt keine lexikalische Bedeutung. Es übernimmt nur die Funktion des Subjekts. Das fehlt. Und noch eine sehr alltägliche Frage. Wie geht es dir? Es übernimmt auch hier die Funktion des Subjekts. Und das allerletzte Beispiel. Mir ist es kalt oder heiß oder schlecht. Und so weiter. Hier muss ich noch etwas sagen. Leider hat sich die grammatisch falsche Variante ohne S im deutschen Sprachgebrauch durchgesetzt. Deshalb steht das S auch in Klammern. Obwohl es grammatisch unlogisch ist. Also wundere dich bitte nicht, wenn du die Variante mir ist kalt oder mir ist heiß oder mir ist schlecht öfter hören wirst. Ich selbst sage das auch so. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass es grammatisch unlogisch ist. Okay, das war's zum Thema S. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn du Fragen zum Thema hast, stehe ich dir natürlich gerne in den Kommentaren zur Verfügung. Mach's gut. Mach es gut. Und bis zum nächsten Mal.